Copa del Rey, das zweite Halbfinale-Hinspiel. Der FC Sevilla empfing im Ramon Sanchez-Pizruan Celta de Vigo, um das erste Spiel des zweiten Halbfinales zu bestreiten. Im Finale steht mit relativ großer Sicherheit ja bereits der FC Barcelona, nach deren 7 zu 0 im Hinspiel gegen Valencia, da wird nichts mehr anbrennen. Also stellte sich die Frage, Sevilla oder Celta, wer konnte die bessere Ausgangslage für den Finaleinzug legen. Und damit rein in die Partie, die zwar nicht ganz so aufsehenerregend war, zumindest in der ersten Halbzeit, wie die von Barca, aber sie bot auch einige Chancen. In der zweiten Minute bereits ein Kopfball von Koločečak nach einem Pass in den Strafraum, also besser gesagt eine Flanke. Und dieser Ball ging nur knapp am Pfosten vorbei. Eine gute Szene gleich zum Auftakt für Sevilla. Danach allerdings verstrich etwas Zeit, bis wieder etwas Nennenswertes passierte. In der 17. Minute ein Volley-Schuss nach einer Ecke von Vitolo. Dieser Schussversuch wurde allerdings von einem Celta-Spieler noch geblockt. Generell allerdings konnte man feststellen, dass Sevilla sehr gut bei Standards war, vor allen Dingen bei Ecken. Immer wieder kamen sie an den Ball und konnten so für Gefahr sorgen. 25. Minute dann eine Doppelchance für Sevilla. Zunächst Koločečak nach einer Wiederum-Ecke gehalten und dann ein Sonsi haarscharf neben das Tor geköpft. Es hat wirklich nicht viel gefehlt, ein paar Zentimeter mehr und der Ball wäre wahrscheinlich vom Innenpfosten ins Tor gegangen. 27. Minute dann eine Top-Chance für Sevilla und zwar ein Elfmeter. Vitolo wird von Sergi Gomez gehalten. Also es war eine Situation, die strittig war. Nicht jeder würde hier wahrscheinlich den Elfmeter geben. Ihn gibt es aber. Sergi Gomez auch noch mit der gelben Karte bestraft. Und Gamero hatte dann eine Minute später die Chance, die Führung zu bereiten. Allerdings halb hoch rechts geschossen. Blanco ist richtig und kann diesen Schuss abwehren. Weiterhin 0 zu 0. Und dann kam eine Druckphase von Celta, die bis dahin noch kaum vors Tor gekommen sind. Oriana setzt sich an der linken Seite sehr gut durch gegen zwei. Sevilla-Verteidiger und flankt dann in die Mitte, wo der eben erwähnte Sergi Gomez, der ja den Elfmeter verursacht hat, steht und er köpft den Ball an die Latte. Das war Glück für Sevilla. Und auch vier Minuten später in der 34. Oriana mit einem Versuch knapp rechts vorbei. Und so schien es zunächst einmal ein 0 zu 0 zur Pause zu geben. Allerdings 45. Minute dann nochmal eine Ecke. Und wer steht da in der Nähe des Elfmeterpunktes? Adil Rami mit seinem Tor zum 1 zu 0. Ein Kopfball links unten. Und es hatte sich irgendwie angedeutet, wenn es gefährlich wurde, dann nach Standards. Damit die 1 zu 0 Pausenführung für Sevilla. Insgesamt ging das aber auch in Ordnung. Sevilla war insgesamt über die erste Hälfte gesehen etwas bestimmender. 48. Minute. Die Frage war, wie reagierte Celta? 48. Minute dann mit der ersten guten Möglichkeit. Ein Kopfball von Cabral, allerdings in die Arme von Sergio Rico. Also noch keine große Gefahr. Aber Celta zeigte sich immer wieder. 50. Minute dann auf der Gegenseite. Eine scharfe Hereingabe von Gamero. Allerdings keiner, der diese eigentlich ganz gute Flanke abfangen konnte. Dann wurde es hektisch. In der 58. Minute Kolodziejczak und Hernández geraten im Strafraum aneinander. Und zwar im Strafraum von Sevilla. Und Kolodziejczak ging mit den Füßen voran, traf den Ball, aber es war eine Situation, die sicherlich der ein oder andere Schiedsrichter auch anders bewerten würde und auf den Elfmeterpunkt zeigen würde. Celta protestierte aber, Klos Gomez gab den Elfmeter nicht. Und fast im Gegenzug dann in der 60. Minute ein Pass im Konter auf Gamero. Und der dann im 1 zu 1 Duell setzt sich gegen den Abwehrspieler Castro durch, setzt sich dann auch noch gegen Blanco durch, rechts oben zum 2 zu 0. Und damit nutzte Sevilla einen Konter eiskalt aus. Celta stand einfach zu offen hinten. Zwei Minuten später, dann eigentlich eine identische Szene. Wieder steht Celta hinten offen. Wieder gelangt der Ball an Gamero. Und wieder ist Gamero schneller als die Abwehr. Er wird auch gar nicht richtig gedeckt. Cabral steht zu weit weg. Und von der Mittellinie aus macht sich also dann Gamero auf den Weg und ertunnelt letztendlich Blanco und damit das 3 zu 0. Es wurde also deutlich, obwohl Celta gut mitgespielt hatte und durchaus auch die Möglichkeit, und es wäre auch nicht unverdient gewesen, hier das Tor zu machen zum 1 zu 1. Und so steht es plötzlich also 3 zu 0. Und es schien entschieden, zumindest das Hinspiel. Celta versuchte dann nochmal was. 85. Minute. Oriana mit einem Schuss im 16er. Allerdings so richtig gefährlich wurde Celta nicht mal. Und dann die 87. Minute. Schon wieder so ein Konter. Schon wieder so eine ähnliche Situation. Diesmal ein Pass auf Kroendeli. Und Kroendeli setzt sich gegen den Abwehrspieler durch, visiert das kurze Eck an und trifft zum 4 zu 0. Und das sollte letztendlich auch der Endstand sein. Und damit können wir festhalten, Sevilla legt sich nicht nur eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, sondern ist wie Barca schon relativ sicher im Finale. Denn ob Celta jetzt noch zurückschlagen kann, bei der Form, die auch Sevilla jetzt hat, das wird sehr, sehr schwierig.